die kuppel wurde gewechselt und sei dann war schon weg wieder weg sind okay bringt es überhaupt nicht irgendwas verändert wie zum beispiel da bei uns da kann man doch eigentlich und wir zurück und wer ja dann war es nicht da das jetzt gehen wir mal vorher eingegangen werden dann da oben nicht die doch doch bekommen gehen können dann gehen wir bitte weg habe ich mir so viel zeit was haben wir da und hier ist hier okay da gibt es tiefer unter magische kata nummer 70 maus kata die vergangenheit ist unwichtig wo der ist weil ich kenne ich auch nicht da unten glaube ich weiter und ich nehme an weiter können wir nicht aber da war ich gleich mal ein stück weil weiter die speichern und so immer nicht ich bin dann doch so geil die ganze zeit beim wahrscheinlich wieder sowieso trägungs einheiten aber vergessen über die zum glaskrieg und hier steht gerade also man ruhig schnell die titel lernen habe ich nichts dagegen nur ein guter elixir haben auch einige papalat im letzten kampf gegen lander so und wird so richard und erstmal so jetzt haben wir ein gott ein riesiges ding das ding da sieht wichtig aus mein gott macht mir hier geht man ja so schnell fertig ich habe irgendwie so stark die beiden nicht so stark und es vielleicht das haben wir hier als sie aus wie eine entdeckung der red da steigert erneuerung des pats ich fühle mich wie ich so etwas gesehen habe es war in den ruinen hinter der wallbredge ja das ist richtig wo wir die allusion von sophie asbel i need to ask you a question can you can you ever forgive me for sophie huh what's this all of a sudden did you do something to upset her when lambda had taken control of me i tried to kill her if i possessed the strength to resist lambda to free myself from his bonds there wouldn't have been a battle at all oh that yeah sophie was never even angry about that look richard she fought you because it was her duty as proto's haste but even so she kept reminding herself that you were her friend and she held back when you fought i i never knew she was struggling with such emotion if it makes you feel better we can go back to the tree and renew our friendship packed with sophie it might be a nice way for us to relive those days it just might be ja aber doch vielleicht ja so hätte ich doch gern mal einen speicherpunkt ich will keinen schnitt machen alle auswärts ok da kann ich wieder aktivieren sich gerade ok da ist hier er war es erkunden war ein richtiges pulver damit kommen wieder so labendus verbessern ist gut ja hinten sieht man auch irgendwie so eine ruine im hintergrund wenn man das auch und wieder wechseln ja gut wenn ich irgendwie noch alles in einem part kriegen würde oh nein ah hm hier runter wenn ich dann schneide ich wieder auch den bemerkert hat mich haha ja so macht man das heutzutage bans weiter ich meine zurück ja wird geschnitten nehme ich mal an mutgerechte teile was habe ich jetzt da unten überhaupt immer erst nach unten oder auch nicht oh gott willst du das ist das was du willst aua zum tappel warum tepp ich hier nicht aua warte irgendwie ist es viel zu stark da kommt mir halt nur so vor aha ne 1 darum fest ok das schon erfüllt da kommt uns entgegen der fliegt kann man hier tödliche reißen es wäre ganz ein buch zu nur stein schon wieder nur ein haben wir zurück zu jubel und chariot malik erwiesen und herr mein gott da runter da kommen wir zum links aber auch noch eins oder so okay eigentlich immer die tipps wenn ich hier wechseln was da lang sagt manche katana 71 jean's katar zu meinen zeit habe ich viele kraftreffen gesehen keine ahnung ich glaube ich weiß ich nicht so aus dieser fahrzeuge nicht ja auch schon in den nächsten ja ja gerade wie du gates of hell gesagt hast du musst du sagen Gut! Oh, guck mal! Voll in der Luft! Ah, Charia! How could this happen? Well, ich tue erstmal ein paar Oh, gut so Morgen Gott! Schön Oh, ich glaube, so kommen wir ganz runter, ne? Ah, nee, da möchte ich jetzt nicht zurück Das muss jetzt nicht Ich meine, da kommen wir wieder zum Anfang, ne? Hm, hm, hm Danke Ah! Bing! So, dann, woran wir jetzt hinkommen Hey, wir sind schon mal da! Cool! Will ich einen Speicherpunkt? Nein, okay! Ah! Oh mein Gott, da sind viele Gegner! Ah, wie das Espel wohl gehen mag. Wir haben hier noch auf den Weg, irgendwann einen. Ich glaube, da sind wir schon wieder da, ne? Ding! Wer da, wer noch? Ah, Aspel! Glad to see you're all okay. Are the two of you all right? Yeah, we're fine. Sorry to make you worry. I don't know what we'd do if something happened to you, King Richard. Your concern for my well-being is touching. That's okay, Aspel. If anything happens, I'll protect you. Your words are wasted on me, your highness. I'm only doing what you would do for me. Hey, come on. This reminds me of when we were kids. Yes, it does. I hate to break up the happy reunion, but we need to keep moving. So, jetzt haben wir wieder eine volle Truppe. Bams. Oh, ich glaube, ich bin ein bisschen weiter. Oh, ich glaube, ich bin ein bisschen weiter. Oh, ich glaube, ich bin ein bisschen weiter. Captain, sag mir, was die drei von euch diskutiert haben, während wir weg waren? Well, Sherry hat gesagt, dass ihr ihr efforts mit der Relief Organisation, und dann Hubert sagt, dass er bald hat Aspel gewinnt. Ich verstehe. Es ist schwer zu denken, dass Aspel gewinnt, nicht wahr? Nicht wirklich. Ich kann es nicht helfen, aber ich denke, dass er schon ein guter Prozpekt bei seiner Seite hat. Ich denke, Sie sprechen von Sherrya, ich denke. Aber diese beiden sind so wunderschön. Ich bin Angst, dass es nicht gut geht. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich denke, dass sie das gleiche Gefühl haben, aber sie einfach immer wieder missen. Hm. Aha, genau. Warum, Richard? Was ist mit dir passiert in diesem halben Jahr? Oh Gott, schön, ich finde es toll. So, dann, was haben wir da? Ja, ich muss mal gucken, dass er jetzt nur die Dinge zählt, ja, er hat nur die, die er noch nicht aufgelabelt hat. Das ist gut. Dann nehmen wir ihn noch rein. Und ja, so ist auch richtig. Richard haben wir einfach volle Möhre drauf. Immer. Immer volle Berater, immer volle Freizeit ausmachen. Mein Gott ey, in der Anglufe sehen so tötendlich aus. Schon töten wir wieder alles, was uns in die Quere kommt. sowas soll, war ich nicht brauche. Schön... Ja, so viel Sprungen, damit kannst du sehr schlecht treffen. Aber er kann da auch den italienischen Niedersatz bekommen. kommen wir noch 2300 die gegner schwächer geworden aber dann soll er eigentlich das war wo kommen wir dahin hallo ja so war ja hat jetzt schon so richtig aus kommen wir wir sind dafür abkürzungen naja erstmal im blauen weg da würde sagen wenn man irgendwann zurückgehen und speichern oder irgendwie so was ist dann das minuten mich im zweiten meinten sitze bei wieder aufgetaucht ich versetze jahre war da ist ein speichert punkt und zeit wohl geöffnet und bin ich näher und als die troge nein wir geben uns voll aufs maul wenn sie uns was wenn wir zurück ins main abgehen zwar von überpowered würde ich sagen mal wieder wo bin ich mir schon wieder wo ist dieses place wird schon wieder hier jetzt ein speicherpunkt da hinten war auch einer mein gott jetzt gehe ich wieder zurück möchte ich wenigstens auch 44 45 minuten zusammenkriegen mich so 22 minuten parts habt also hätte ich natürlich nicht mitbekommen wunderschön aus vielleicht nie so bin 75 was chariast freund naja ok blitzschlag ok wir sind noch böse was dann haben wir ein speichern wofür dinge und sind älter werden wo habe ich mir schon wieder hin ich bin ja voll überfordert im layout dieses dinge von mir kommen die ganze zeit nur zur abkürzung kann er zeichnen ja wir tun ja nur abkürzung geschaffen oder ja ja das ist wenn so was gemacht wird na gut dann gehen wir zum speicherpunkt und das geht an wenn man jetzt mal in einen weg falls ich den wieder finde ich weiß nicht so wenn ich ja ich glaube von da so älter werden we could continue striking blindly towards the heart of the nest however we don't even know where that is perhaps we should temporarily withdraw and study the matter further but we've come so far a decisive attack still seems better hmm yes what is it captain when i see the ones i trained debate their options so wisely i can't help but suddenly feel like growing old isn't such a bad thing people hate growing older nobody wants to get closer to death but when you see a bunch of slack jawed kids transfer to worthy adults it really keeps your hope alive i see perhaps the captain could offer some less melodramatic advice it would seem you're all still a bit too green for me to retire just yet growing old isn't so bad but what happens in sophie's case meyerfall der mut töter ihr stimmungs töter mein gott mut klar wollte ich irgendwie sagen aber wir sprechen ja nicht englisch außer im katz die charaktere so ich würde auch sagen ich habe genug aufgenommen weil ich für zweifahrts und wir sehen uns in der nächsten folge von let's play tales of grace dafür ich bedanke mich alle herzlich willkommen zu schauen und sage tschüss